Tschüss. Hm. Da muss ich weiter machen. Für den Akt. Was haben wir hier eigentlich noch für? Ach ja. Wir wollen eigentlich noch was anderes machen. Wir können auch die Tränke-Wertung erheben. Tränke-Stufe. Vergesse ich die ganze Zeit. So, dann wollen wir das ja mal machen. Das kann ich jetzt nicht tun. Zermalne Tierknochen. Fünf Stück brauche ich dafür. Drei Stück vorhin noch. Wie kriege ich die? Hm, der mich Tiere tölt oder was? Warum? Ich hab zwei Stück. Völlig umsonst hier. Schlicht über euch wachen. Moment, eigentlich nicht. Hm. Ich hätte Widerstand. Ein Dorn, was dann? Mach ich jetzt mal noch mal ein paar, dass wir welche haben. Oh, wir haben so noch keine Tour gefunden, ne? Obwohl wir Schüsse dabei haben. Naja. Gut. Dann bin ich dann wieder auf dem Weg. So. Ihr seht besorgt aus. Beim Angriff auf das Anwesen wurden viele verletzt und unsere Heilvorräte sind beinahe aufgebraucht. Bitte, könntet ihr nach Carragher reisen und Cormen den Alchemisten bitten, alles zu schicken, was er schicken kann. Und sagt ihm, er soll sich beeilen. Jeder Moment zählt. Hmhm. Hm. Da oben. Öh. Und das ist das und das ist hier. Und da oben. Welche Aufgaben sind das hier? Sammeln ohne Tafeln für ein Mädchen. Achso, das ist das gewesen. Hm. Würde das mal das machen sonst. Aber wir das ja eh schon haben. Hm, 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 hm. Was haben wir denn da? Tschüss. Hallo. Ja. Und Blut einspeisen. Da war ja was. Okay, das ist fertig. Ich hab so eine Aufgabe schon mal gemacht. Ich weiß noch nicht mal wo. Hm, hm. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin so kurz stehen geblieben. Ich muss das vollkommen. Okay. Okay. geschafft in der zeit naja ich hab gar nicht gesehen dass er zeitbar ist was soll es tschüss und auf Wiedersehen Das war erledigt. Ja, ja, ja. Da unten sind die, ne? Oder was wird da unten angezeigt? Was ist das? Hohentafel. 1, 2, 3. Außerhalb von der Anzeige. Klar, warum nicht? Was haben wir hier? Und tschüss. Achso, das ist voll. Und hier ist die nächste, ne? Oder auch nicht. Zumindest hat er das so ungefähr so angezeigt. Aha. Und da ist die zweite. Okay. Läuft. Ein Dornbestie. Da sind wir immer noch hier. Ein Seelenleiden abgeschlossen. Ach, da vorne. Was haben wir hier? Tschüss. Tschüss. Wir laufen mehr Zeit. Hm. Oi, 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 oi. Tschüss. Tschüss. Ach, ja. Auf Wiedersehen. Monique, eine Sauglose. Was ist das denn? Ach. Questgegenstand. Okay. Klar, warum nicht? Einfach mal ein Questgegenstand. Oh, tschüss. Fehlt aber immer noch einer. Vielleicht da oben. Oh, tschüss. Irgendwo hier in dem Gipi. Muss ich halt das nur suchen. Ich brauche mehr Zeit. Ach, da. Da ist der Letzte. Okay. Wir brauchen das noch mit Tore. Können wir auch nochmal mitnehmen. Ja. 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 Und tschüss. Das ist mein normales. Finde nehmen. Was hier so ist. Naja. Nicht wirklich so gute Sachen, ne? Und die mir die einmal abgeben. Und die andere. Ich habe ein paar von Regens Büchern geborgen. Meine Güte. Ihr habt etwas davon gefunden. Herrin Bregers Werk. Ich dachte, sie wären beim Angriff verloren gegangen. Sie war ziemlich gebildet, wisst ihr? Danke, gütiger Wanderer. Von ihrem Vermächtnis ist nicht viel übrig. Aber dies wird sicherlich das Gute würdigen, das diese Familie für Skosland getan hat. Hm. So, dann gebe ich die da unten nochmal ab. Da steht der Maus rum. So. Wo war der da? Hallo. Hallo. Kuss. Darin befinden sich zahlreiche Lehren, Gebete und Weisheiten, die von Fiat Laguerre selbst überliefert wurden. Das Leben ist eine endlose Lektion. Und es gibt noch so viel zu lernen. Mhm. So, das ist auch erledigt. Da war noch was. Okay. Da ist sogar auch noch was. Hallo, nur Rucksack. Okay. Ich werde nicht reiten können, ey. Dauer, da war noch. Leider. So. Dann wollte ich jetzt einmal hier hin. Der Weg geht da lang. Ja, ja. Das sagt er mir jedes Mal. Hm. Hm. Schön, wenn's nicht geht. Oder nicht alles lädt. Naja. Passiert. Schon wieder. Wow. Nice. Was geht das hier los? Hm. Achso, hier ist wieder ein neues Gebiet. Hm. Okay. Really? Ich glaub, diese Probleme haben andere auch gehabt. Nice. Neues Gebiet. Hallo. Der arme Mann muss damit alle Hände voll zu tun haben. So viele Verwundete zu behandeln. Ich packe alles zusammen, was ich entbehren kann, und schicke es ihm sofort. Und gleich wieder da. Soo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum seid ihr hier? Das Hügelland ist meine Heimat, aber Sanktuario ist dieser Tage gefährlich und meine Eltern, meine armen Eltern werden immer älter. Wer wird ihr zu Hause beschützen? Ich würde nach ihnen sehen, aber die Straßen sind nicht sicher. Vielleicht könnt ihr meinen Vater vielen aufsuchen und nachsehen, ob sie mich brauchen. Vielleicht So Das hier war doch Genau das Zu schade mein Freund Hallo leuchtende Schönheit Okay Schaden gegen Gegner in der Nähe geht runter Überwältigungsschaden 9 Schaden gegen Gegner, die unter Kontrolle leiden Kritisch Treffer schaden Schaden über Zeit Wenn ihr Gegner, die unter euren Fallenfertigkeiten leiden, direkt Schaden verfügen, besteht eine Chance von bis zu Schaden gegen Gegner, die unter euren Fallenfertigkeiten nutzen wir ja nicht, ne? Blendgranate aber auch nicht Würde sich trotzdem lohnen, wenn ich das nehme Welch eine Schande Neuer Versuch Kein schlechtes Händchen Bisschen Schrott dabei gewesen, aber gut Probieren kann man es ja mal Was soll ich da hinten? Da hinten? Was anderes ist da? Aber gut, das ist halt trotzdem näher dran, oder? Was wäre das? Und das ist da Okay Und A3 ist da hinten Da ist das Das ist sehr gut Muss aber mal da rein So Hier sieht's aus Okay, ein bisschen reparieren Ich wollte ja auch nochmal das hier machen eigentlich Ding 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 Ich müsste auf jeden Fall den dann da reinpacken wieder Warum vergleicht er eigentlich nur mit einem Deutsch? Oh ne, hier vergleicht er damit, okay Ich könnte trotzdem so machen, ne? Ähm Aber wenn ich still stehe, verursache ich mehr Schaden Ja Ich muss kurz was machen Die, 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 die Ihr will rausnehmen, nicht Tragt die Sterne um euren Hals Zack Kann ich den da reinpacken? Und sonst momentan gar nix Hm Das sind halt auch keine guten Sachen, ne? Im Generell nicht. Das gibt das. Gewöhnliche Sachen geben das. Magische das. 13.000 Gold kriege ich dafür, wenn ich es verkaufen würde. Aber ich kann es heute auch zerlegen. Was kriege ich denn dafür, außer selber wieder her? Da werden dann nur aussehend frei. Das hat auch Account gewonnen. Na komm. Hät ihr sicher, dass hier... Ja. Verwendet er einen gewöhnlichen... Was? Schrottsammler. Verwendet vier Gegenschein mit unterschiedlichen Seltenheit wieder. Okay. Klar, warum nicht? Hm... Repariert bin ich. Ich wollte es mal da hoch. Erstmal das machen. Joa. Erstmal hier rein. Das war das zuerst. Ich kann mich nicht beklagen. Ich schätze, das wäre eine Sünde gegen den Vater. Mhm. So. Die dann nochmal da rein. Die Waffen. Das ist das. Und da hatte ich das noch. Und da war das. Und dass du das aber nicht dran behält, ne? Hm. Die Klamotten sehen doch alle gleich aus. Ich brauch auch nix noch. Doch hier habe ich was Neues. Nee. Außen sehe ich auch nicht so wirklich da durch. Was jetzt sagt der? Ich nehme die hier. Okay. Speichern. Ich habe noch was anderes gesehen, was ich machen wollte. Was ich ja immer verbrauche wieder. Hm. Passt. Andere kann ich nicht mehr machen. Mein Hammer sinkt bei eurer Rückkehr. Weil mir da irgendwelche Sachen noch zu fehlen. So, dann wollen wir mal. Mal weiter die... Nee, Akt 2 machen. Was ist das da? Wo geht's da hin? Also das Dorf ist groß, ne? Ach, hier kommen wir gar nicht durch. Ach so. Oh. Deswegen zeigt er auch woanders lang. Ich habe ja schon gewonnen. Hm. Jetzt sehen wir aus. Oder immer noch nicht. Okay. Jetzt aber. Flup. Okay. Was waren das für Gegner? Tschüss. 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 Hm. Es war eine Idee. Warum auch nicht? Hätte ich gar nicht mal umbrauchen, ne? Das nehme ich noch mit. Ach, hoi. Hallo. Ich bin noch nicht bereit. Seid ihr schon mal gestorben? Ja, ne? Tschüss. Und tschüss. Das war's. Mir fehlt was ein. Das soll man mitnehmen. Hi. Noch jemand. Der sterben wollte. hier. Irgendwelche Schlangen. Naja. Das ist keine Energie mehr. Erstmal zerstören. Wie schnell das schon wieder ausgelöst wurde. Wie schnell das schon wieder ausgelöst wurde. Okay. Hm. Boah. Schneller Energie wieder. Sehr schnell sogar. Hallo. Erstmal die Quatsche Richtung schießen. Klar, warum nicht? Kann man halt machen, ne? Ach, hi. Wie ist das Portgebiet? Zick. Überlebt, Skorst Glynn. Und ihr kehrt stärker zurück. Aha. Meine Mainz. Ihr wirkt bedrückt, alter Mann. Ich glaube, ich bin zu alt, um solch eine Dunkelheit noch einmal zu erleben. Oder vielleicht muss ich das. Gerade weil ich so alt bin. Mhm. Wie kann ich auch den Kummer lindern? Meine Familie lebt in Korbach. Am Ufer. Dort ist die Lage schlimm. Es gibt nicht genug Essen für alle. Ich bin hierher gekommen, um etwas Geld zu verdienen. Vielleicht etwas Essen zu schicken. Aber ich kann mir nicht leisten, die Arbeit lange genug liegen zu lassen, um sie zu besuchen. Und ich verdiene nicht genug, um sie zu mir zu holen. Ach. Hättet ihr die Güte, das meinem Sohn in Tadk zu bringen? Ich weiß, dass er und die anderen es mehr brauchen als ich. Sorgt euch nicht. Ich kümmere mich darum. Apropos Essen. Irgendwie habe ich gerade Hunger. Ich muss sicher gehen, dass meine Tochter alles Schutzmaterialien hat. Wenn sie erst alt genug ist, wird sie eine gute Hüterin unseres Tal sein. Mhm. Ich muss hier mal noch Hinweisungen suchen. Okay. Meint ihr, dass die Ritter helfen? Talismane und Totems haben Bracetack immer vor den Geistern der Hügel geschützt. Was helfen schon Befestigungen gegen Kreaturen, die durch Wände gehen können? Okay. Braucht ihr Hilfe? Ich. Ein Dieb namens Darcel hat sich mit den Rittern eingeschlichen und sich als Söldner ausgegeben. Hat etwas gestohlen, das mir gehört. Vor zwei Wochen wurde ein gesundes Kind geboren, Gloranfeier sei gepriesen. Doch die Mutter ist schwach. Darcel hat den runen Talisman gestohlen, den ich ihr zur Heilung überlassen hatte. Der Bastard wollte vermutlich nur schnelles Geld machen. Er könnte Mutter und Kind damit verdammt haben. Kümmert euch um ihn und bringt den Talisman zurück. Boah, erstmal muss ich was anderes machen. Eure Haut wehrt keine Klingen ab. Nein? Schade. Ich dachte aber.